Zwei. Zeichen des Kollegen! Was ist denn da, Jelon? Was ist denn das? Aber das Intro ist in den Kasten. Richtig gute Farbe, oder? Ja. Ich finde, die Strukturen siehst du viel besser. Ja. So, let's go! Ich hab Bock. Aufladen? Ja, haben wir schon hinter uns. Abstand halten! Ich bin hier nicht schnell! Ich bin lebt! Geh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na dann, viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße. Das war ein bisschen Glück gerade. Machen wir langsam bitte jetzt den Kopf erstmal auf dem Trail haben, nicht da oben. Und jetzt keine Angstbremserei. Wo geht's denn hier weiter? Ja. 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 Oh, schon sehr hoch. Ja. Oh, der macht Spaß. Uiuiui. Uiuiui. Wurzel ist fies da. Das war eine Fahrt. Ja. 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 Du hast auch die falschen Leinen genommen. Ja. 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 Blin hallo stefan keiner gesehen nein gar nicht wahr hab die spitzkehre gemacht danke scheiße guck mal hier ja also wir fahren jetzt direkt dann zum camper ja geht ihr dann nicht mehr bergauf kevin ok ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020